Herzlich willkommen zurück, Leute. Schön, dass ihr bei so einem neuen Video mit dabei seid. Und heute gucken wir uns mal die nächsten Hersteller an, beziehungsweise den nächsten Hersteller. Meine Lieblingsprodukte von Dr. Wack. Das Team haben wir auch schon hier besucht. Guckt euch die Videos auch gerne nochmal an. Da gab es viele, viele Infos hier auch mit dem Herrn Hauber, der uns da ganz, ganz viele tolle Sachen gezeigt hat und auch vorgeführt hat. Und da haben wir Beading, Sheeting getestet und so weiter. Also es war eine sehr schöne Reise auch für uns, für mich und Andreas. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch da gerne nochmal mit reinschaut. Und da könnt ihr auch das Team noch ein bisschen näher kennenlernen. Hier gucken wir uns mal meine Favoriten an und ihr seht, die sind schon hier alle der Reihe nach nebeneinander aufgestellt. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Produkte. Auch hier der Hinweis vorweg, wenn so ein Produkt, auch jetzt in dem Fall von Dr. Wack, jetzt nicht hier steht, heißt es nicht, dass ich das Produkt schlecht finde, sondern ich musste mich wirklich auf meine absoluten Favoriten da begrenzen. Weil sonst steht ja auch bei vielen Herstellern der Tisch voll. Und bei Dr. Wack muss ich sagen, war es für mich nicht so einfach, mich auf drei Produkte oder zwei Produkte zu beschränken hier, weil es wirklich in jedem Bereich ein Produkt gab, wo ich sage, das zählt für mich mit immer zu den Besten. Das ist immer ganz, ganz weit mit vor und wenn nicht sogar auf dem vordersten Platz, hier auf dem ersten Platz. Und deswegen sind es bei mir hier nicht nur drei Produkte. Das ist aber auch ein gutes Zeichen. Deswegen fangen wir mal hier an und ihr seht schon die ganzen aktuellsten Produkte, die jetzt rausgekommen sind vor kurzem, sind hier alle mit dabei. Es sind aber auch Produkte dabei, die wir schon sehr, sehr lange kennen und auch eine riesengroße Fangemeinde haben und natürlich auch überall zu finden sind und das sehr, sehr beliebt sind. Fangen wir mal hier drüben an. Mein erstes Lieblingsprodukt, wo ich es da ganz klar sagen muss, für mich einer der besten Detailer. Und jetzt fragt der Erste natürlich, Sebastian, was ist denn für dich ein sehr guter Detailer? Was muss er denn für dich mitbringen? Es gibt immer wieder jemanden, der sagt, für mich muss ein Detailer gut reinigen können. Dann muss er gut ablüften können. Er muss vielleicht auch noch eine schöne Farbauffrischung mit sich bringen. Er muss zum Beispiel auch ein gewisses Abwehrverhalten werden. Natürlich auch nicht schlecht. Muss nicht ewig halten, muss nicht einen Monat halten oder zwei Monate, weil ich das Produkt öfters anwende. Und wenn man die ganzen Eigenschaften zusammennimmt, dann ist das genau das, was ich von einem Detailer möchte. Und das macht er hier. Und das haben wir auch im Vergleich gesehen. Also das ist echt gut gehalten, auch gegenüber den Sprühversiegelungen. Und deswegen ist das hier ganz klar mit dabei. Der High-End Speed Detailer hier in der Flasche. Lässt sich auch schön versprühen in dem Sprühkopf. Und auch vom Gesamtbild ist das eigentlich ein sehr schönes Produkt. Und wer da auf jeden Fall bei Dr. Wack auch immer mit dabei ist, auch bei den Videos, der weiß, dass da auch viel, viel Herzblut reingesteckt wird. Auch Materialverträglichkeit auch bei allen Produkten. Da wird echt viel, viel ausprobiert an vielen, vielen Flächen. Und da wird sehr viel auch Forschung betrieben, dass das gut alles funktioniert. Und auch bei dem Produkt ist es so, der lässt sich ultra leicht verarbeiten. Und macht bei mir, ich habe es noch nie geschafft, auf keinem Lack, auch auf schwarzem Lack nicht. Hinter uns hier, oder hinter euch steht hier der Mercedes, der schwarze. Auch da überhaupt keine Probleme mit Schlieren oder irgendwas. Wenn man das einfach gewissenhaft anwendet und sorgfältig und nicht hier die ganze Flasche aufs Auto schüttet, habt ihr hier wirklich einen super spielend leicht zu verarbeiten, den Detailer für Vogelkot zum schnellen Auffrischen. Oder wenn vielleicht das Wachs an der einen oder anderen Stelle schwächelt, kann man hier nochmal schnell drüber gehen. Und da kann man auch den Traffic Film auch mit dem Tuch mal bei der Schnellwäsche mit runternehmen. Und Abhärverhalten ist natürlich auch noch mit drin. Und deswegen war es für mich klar, den kann ich nicht einfach hier im Regal stehen lassen. Ihr seht hier oben die Lücke, die entstanden ist. Ich kann hier oben die Lücke nicht einfach noch besetzt lassen, weil das Produkt musste mit hier auf den Tisch. Also der Speed Detailer, für mich einer der besten Detailer. Ihr könnt ihn auch als Trockenhilfe mit nutzen und natürlich auch auf Kunststoff, Glas und so weiter. Da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Natürlich für Glas, wenn ihr dann speziell ein Glas rein sucht, springen wir hier rüber dann zum All-in-One. Der kommt aber später noch mit dazu. Ich schiebe mal ein Stück nach vorn. Also der Detailer hier von Dr. Waag sehr, sehr gut von der Steinzeit her, wenn ihr da ein bisschen mehr Steinzeit wollt. Aber eigentlich die ähnlichen Eigenschaften halt. Auch nochmal eine etwas stärkere Farbauffrischung, wie ich finde. Das habe ich durch meine Tests herausgefunden. Seid ihr eigentlich beim aktuellen High-End Spray Wax. Hier muss man auch dazu sagen, dass High-End Spray Wax wirklich die eierlegende Wollmilchsau ist. Für diejenigen, die eigentlich alles wollen. Auch Lackglätte. Und wer jetzt sagt, ja, ich habe eine Sprühversiegelung, aber mir fehlt da einfach die Lackglätte. Also am Anfang, so die ersten drei, vier Tage so, wenn man sagt, man fährt auf ein Treffen oder man ist einfach jemand, der gerne Lackglätte möchte. Dann kommt doch um eins der beiden Produkte definitiv nicht drumherum. Wenn ihr das Maximum an Lackglätte wollt, ist meiner Meinung nach der Detailer natürlich das am besten geeignetste. Wer sagt, ich will aber einfach so den Kompromiss aus allem. Ich will ein einfach zu verarbeitendes Sprühwachs mit einem schönen Spray, geringer Verbrauch. Ich möchte auch definitiv Lackglätte mit dazu haben, weil das ist echt vielen wichtig. Ihr könnt gar nicht, es kommt so oft die Anfrage zu mir auch bei WhatsApp. Sebastian, ich suche ein Produkt, ich will aber nicht nur Sprühversiegelung, die Perl. Das soll auch ein bisschen Lackglätte dabei sein. Und das ist immer noch da, ganz, ganz stark. Also es ist nicht so, dass ich das irgendwie aus den Köpfen der Leute irgendwie vertrieben habe oder vertreiben möchte. Überhaupt nicht. Sondern es muss für jeden was zu finden sein. Und wer auf Lackglätte steht, in Kombination mit einem Sprühwachs und natürlich auch schönen, schönen Perlchen, der kommt hier um das Produkt definitiv nicht drum rum. Genauso auch bei dem Produkt. Hier sagt jetzt der erste, ja ein Felgendetailer, funktioniert das überhaupt? Wir haben es getestet und ja, es funktioniert. Wenn ihr hier nur leichter verschmuckt und auch so Felge drauf habt. Und da kann auch wirklich dunkler Bremsstaub natürlich in Massen drauf sein, solange nicht massiv eingebrannt ist. Und wer unterwegs zum Beispiel seine Felge mal reinigen will oder fährt auf ein Treffen und das ist jetzt keine SB-Box oder an der SB-Box ist einfach zu viel los und ihr habt wirklich nur diesen leichten Staub auf der Felge. Könnt ihr mit einem passenden Tuch und dem Felgendetailer da ein wunderbares Ergebnis erzielen und habt auch, und das hat mich auch echt beeindruckt, man hat auch deutlich in meinem Test gesehen den Unterschied zwischen normal mit dem Speed-Detailer und dem Felgendetailer, dass der auf jeden Fall deutlich besser durchgehalten hat. Wir reden jetzt hier nicht von Monaten, aber in dem Test, bei der Laufzeit, hat der Felgendetailer auf jeden Fall auf den Felgen das bessere Bild gezeigt, auch auf die längere Zeit hin. Da waren schöne kleine Pärchen, es löst auch gut den Bremsstaub mit an von den silbernen Felgen, das hat man ja auf dem Mercedes auch getestet. Und deswegen Felgendetailer, auch so ein Produkt, ich denke mal, da wird es ganz, ganz viele Fans auch in Zukunft geben. Das ist ein schönes Dreiergespann und da ist man eigentlich mit allem versorgt und wer halt mal eine schnelle Felgenreinigung machen möchte, unabhängig, ohne Wasser, ohne an das B-Box, ohne Felgenreiniger und wer wirklich da nur leichten Staub auf dem Felgen hat, auch mal schnell vor der Show noch mal auffrischen, der kann echt hier zum Felgendetail ergreifen, weil er auch eine schöne Hitzebeständigkeit zeigt. Also da war ich sehr, sehr positiv überrascht, definitiv. Bleiben wir gleich noch beim Thema Felge. Der Felgenreiniger hier hat wirklich bei vielen, vielen Tests, nicht nur bei mir, sehr, sehr starke Ergebnisse gezeigt und ist bei vielen ganz, ganz weit vorn gelandet. Könnt euch gerne mal jetzt umschauen. Das ist jetzt hier noch die Flasche aus der Mixer-Aktion. Da gab es ja auch nochmal das Mixer-Thema, dass hier noch eine zweite Leerflasche dran war, dass man das eins zu eins sozusagen mit Wasser noch verdünnen kann, um einfach aus dem halben Liter ein Liter zu machen zum Beispiel. Und da war das echt eine coole Aktion mit dieser Mixer-Angelegenheit. Deswegen habe ich hier mal die kleine Flasche noch stehen. Funktioniert gut. Es ist ein verdammt starker Felgenreiniger. Ihr könnt ihn aber natürlich auch für Flugrost nutzen, obwohl Dr. Wack noch einen speziellen Flugrost-Infernat, der nochmal stärker ist, wenn das richtig um Flugrost geht. Aber als Felgenreiniger ist der High-End, und da haben wir es wieder, ist wirklich verdammt stark. Und deswegen hat das Team auch selber gesagt, ihr könnt das auch locker hier bei geringen Verschmutzungen auch mal eins zu eins mit Wasser verdünnen. Deswegen habt ihr auch nochmal diese kleine Anzeige vornherein, die kleine Grafik mit den Felgen. Also bei leichten Verschmutzungen kann man das auch eins zu eins machen. Und bei extremen Schmutzungen dann pur. Aber wo geht es einfach aus? Und er hat eine echt große Fangemeinde gefunden. Wenn man jetzt hier mal umfragt oder so startet, euer beliebtester Felgenreiniger, welchen haltet ihr, oder wo sagt ihr das am stärksten? Dann kommt der High-End definitiv hier, der High-End. Da kommt er auf jeden Fall immer ganz weit mit auf die Rangliste. Und deswegen wäre es ein, es wäre nicht richtig gewesen, das Produkt nicht mit hier auf den Favoritentisch zu stellen. Muss ich ganz klar sagen. Jetzt kommen wir zum Produkt, was schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist, wie ich finde. Was immer und immer und immer wieder auf den vordersten Plätzen mit dabei ist, wenn es um die Reinigungsleistung geht, um den Halt. Und das trocknet auch nicht an. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jetzt vielleicht im Herbst und kommenden Winter nicht mehr so stark, aber dann für die nächste Insekten-Saison. Der Insektenentferner CW 1 zu 100, das ist ein Insektenentferner-Gel. Es ist ein Gel, es haftet sehr stark an der Oberfläche. Der Spray ist jetzt kein feiner Nebel, weil es ist ja ein Gel. Das heißt, ihr müsst vorhin die Front einfach in Ruhe einsprühen und habt da einen wirklich sehr schön gelartigen Film, der auch in der Sonne nicht antrocknet. Also natürlich bei 50 Grad in der Wüste bestimmt irgendwann. Aber hier in unseren Gefilden ist es wirklich ein sehr, sehr vorteilhafter Insektenentferner, weil er sehr lange an der Oberfläche hält und auch nicht eintrocknet. Also hier für die Leute, die wirklich öfters mal im Hochsommer dann an die SB-Box fahren, könnt ihr euch den auf jeden Fall mal anschauen. Und deswegen, ich habe den auch schon Ewigkeiten. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt die 20. oder 35. Flasche ist. Ich habe immer was hier davon da. Und die Flaschen sind immer auch im Bild bei mir. Die verstecke ich gar nicht erst. Die rutschen gar nicht in den Regalen weiter hinter, weil die sind immer vorn mit dabei und auch eine Familie ganz oft genutzt. Also hier der Insektenentferner von Dr. Waag. Absolutes Prädikat, Favorit. Definitiv. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ein Allzeit-Klassiker. Und deswegen musste der hiermit auch mit dazu. Ein Produkt, was auch mit der Serie relativ neu auf dem Markt war, war der All-in-One. Und beim All-in-One, da haben sich so ein bisschen die Geister so geschieben, muss man ganz klar sagen. Die einen sagen, ich nehme lieber einen Glasreiniger oder ich nehme einen Innenraumreiniger. Und dann gibt es aber auch eine ganz große Fraktion. Und da muss ich auch, habe ich auch in meinem Fazit gesagt, es gibt eine ganz große Fraktion da draußen, die sagen, ich will nicht einen Reiniger dafür, einen Reiniger dafür, eins für dafür. Ich will einen Displayreiniger noch extra und auch einen Reiniger dafür. Ich will halt alles in einer Flasche vereint. Und jetzt muss man ganz klar sagen, dass der Reiniger hier das geschafft hat. Er hat es geschafft, auf Glas problemlos zu reinigen. Eine schöne Reinigungsleistung gezeigt. Lässt sich gut versprühen. Mit dem passenden Tuch dazu. Dann zusätzlich auch auf Display problemlos anwendbar. Und wir haben jetzt hier keine Stoffe drin, die irgendwie Displayglas irgendwie Spröde machen oder irgendwie einen milchigen Film erzeugen oder irgendwas. Und natürlich auch im Innenraum perfekt nutzbar. Und für alle, die sagen, okay, ich habe hier ein Produkt aus einer Flasche, was ich für alles nutzen kann, wo ich nicht aufpassen muss, oh, hier darf ich nicht dagegen nebeln. Das macht dann das Material kaputt oder das macht Flecken. Ist das halt einfach und deswegen steht es halt auch im Namen drin. Der Ohlin One, einer für alles. Und das schafft das Produkt definitiv. Und deswegen steht es auch hier auf meinem Favoritentisch mit drauf. Das heißt, wer es sehr minimalistisch will in der Flaschenauswahl, wer sagt, ich will wirklich, mein Set soll aus vielleicht sieben oder acht Produkten bestehen, für das ganze Auto jetzt gesehen, der kommt im Innenraum mit der Flasche hier an nahezu alle Oberflächen, kann er damit rangehen, ohne irgendwelche Bedenken zu haben, dass da irgendwas kaputt geht oder wo das vielleicht nicht geeignet sein soll. Und deswegen ist es halt eine schöne Sache, dass es für diejenigen, die sagen, ich will einfach Sicherheit auf allen Oberflächen und da einfach einen schönen Allround-Reiniger, um da nicht zehn Flaschen mir nur für den Innenraum hinzustellen. Kommen wir zum letzten Produkt, was hier bei mir in den Favoriten mit drin ist. Und ich sage eins, also ich könnte hier noch das Shampoo hinstellen, ich könnte hier noch die wunderbare Politur hinstellen, die wirklich ein ultra schönes Finish haben. Ich blenze euch mal kurz ein. Auch da, die hätte ich auch noch mit hinstellen können. Also ich will aber keine Runde zwei machen. Ich musste mich auf irgendwas festlegen. Und deswegen aber, weil es auch noch so ein absoluter Langzeit-Favorit von mir ist, den ich schon seit vielen Jahren auch kenne. Und das war mit eins der ersten Produkte, was auch in meiner Autopflege-Laufbahn schon von Anfang mit dabei war. Und zwar, und das so lange gibt es das schon, das muss man sich mal überlegen, den P21S Reifenglanz. Zum Aufsprühen könnt ihr auch noch mal mit dem Tuch ein bisschen nacharbeiten. Es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, kann ich auch gerne noch mal in dem Test mit zeigen. Habe ich aber eigentlich schon genug gezeigt, aber wir können es noch mal mit reinnehmen, auch im nächsten Reifenpflegetest. Dieser Reifenglanz funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Sehr schnell und einfach. Es ist eine Aerosol-Dose, wird aufgesprüht und hat immer eine sehr gute Leistung gezeigt. Und das Produkt wurde auch meines Wissens nach vom Rezeptor her selten verändert. Also ich habe nichts groß mitbekommen, dass da irgendwie neue Formeln, neue verbesserte Formeln, das hat einfach bis jetzt immer funktioniert. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, welche Dose das ist. Das ist auf jeden Fall schon die zweistellige. Also mindestens die zehnte Dose, die ich hier zu Hause habe. Die 400 Milliliter, die hier drin sind, klingt erstmal wenig, hält aber Ewigkeiten. Und ihr hört hier, hier ist auch noch ein bisschen was drin. Also das hält wirklich sehr lange und lässt sich halt super schnell auf den Reifen auftragen. Deswegen auch hier als Allzeit-Klassiker, genauso wie der Insektenentferner bei mir, ganz vorn mit dabei. Und wenn ihr Fragen habt zum Dr. Wack-Sortiment, dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Schreibt mal eure Dr. Wack-Favoriten unten rein, wenn das da mit in eurem Favorit mit drin ist. Und warum? Also wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, der High-End-Felgenreiniger ist bei mir mit Favorit. Und warum? Schreibt es gerne mal unten rein, das würde mich mal interessieren. Oder ihr sagt, ich bin hier Riesenfan vom Detailer und ich bin ein großer Fan vom Detailer, definitiv. Dann schreibt es gerne mal unten rein, was da eure Dr. Wack-Favoriten sind. Das würde mich sehr interessieren. Und da können wir auch mal ein bisschen austauschen. und vielleicht vergesse ich auch gerade ein Produkt, wo ich mir dann im Nachhinein sage, verdammt, das hätte eigentlich auch noch mit auf den Tisch gemisst. Schreibt es mal gerne unten rein, ich bin echt gespannt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaut es euch gerne mal an, unten verlinkt, wenn ihr Fragen zu den Produkten habt oder zu bestimmten Produkteigenschaften dann auch. Ich bin jederzeit für euch erreichbar und kann euch da meine Erfahrungen immer weitergeben. Euer Sebastian. Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen. Und vielen Dank für eure Unterstützung bei Waschgur mit unserem Community-Code. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.